ich würde eigentlich gerne dieses eine häuschen abreißen und dann ein großes haus bauen für meine arbeiter aus meiner tür ja hallo leiner freut sich immer meisten wenn ich jagen gehe so vogelfalle sieben federn krieg dafür okay wir brauchen 50 stück um einen satz feile zu machen immer hier aus gebratenes fleisch pelz und blub packe ich noch ins ressourcenlager rein stock kommt noch weg so ich glaube behalte ich die eisenfälle meiner tasche aber halte ich meine tasche müssen wir müssen ja jagen genau also ein wolf ein wiese das heißt wenn wir aufstehen gehe ich mal hinten zusammenbau seiner hütte also inga so schläft man aber nicht die füße gehören ans ende und der kopf gehört an den anfang inga macht wieder was sie will seitdem sie schwanger ist ist sie einfach nicht mehr zu bändigen diese weiber okay dann gehen wir mal nach hinten zusammenbohren und schauen mal dass wir den rest gejagt bekommen vielleicht hat sie kreislaufer muss beidauern ich bin mal gespannt ob sich das feldmäßig hier ich würde gerne hier vorne hier oben würde ich gerne so ein riesenfeld machen weiß nicht ob wir dann da zwiebeln sogar anbauen soll ich das mal fix machen hier so ein riesiges zwiebelfeld dann haben wir aber noch mehr steuern aber dann könnte ich halt super viel fleisch mit dings machen mit soße ich weiß halt noch nicht wie sich das ganze hier aufgehen wird weil die sind eigentlich schon recht klein sind ja nur 9x9 felder ob ich hier vorne eigentlich schon gerne für ich mach das jetzt einfach jetzt müssen wir wieder bären pflücken gehen ne warte mal wo war denn der shit hier oben feld ich hätte gerne hier so irgendwie hier so mitten an den weg ran wobei das wird hier nicht gehen müssten hier so ansetzen glaube ich hier so oder nee das setzt sich dann schräg der weg der geht da so lang dann kommt wieder der weg der weg ist im weg und günstig das war hier ansetzen ja so wie weit komme ich denn ich kann schon groß machen so ja das sieht doch witzig aus vielleicht teile ich das sogar einfach in flachs und in zwiebeln mir fällt immer tausend sachen ein die ich machen will ne das ist ganz schlimm rückwärts laufen geht besser ich laufe ganz schön schräg fällt mir gerade auf ich mache einfach beides vorwärts und rückwärts na zack zack na nicht zack uhr hat es war jetzt die hälfte scheiße wie groß habe ich das denn gemacht gut dann rückwärts manchmal ist ja ein bisschen nervig war meine arbeiter die machen das nicht allein oder links und rechts die machen das auch alleine ich habe die nämlich bisher noch nie noch nie das feld machen sehen f5 und f9 sagst du okay naja ich weiß der 5 ist quicksave achso okay du lässt dann einfach nochmal neu laden okay ja gut neu laden hätte ich jetzt nicht machen müssen ehrlich gesagt und dünn 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 ich brauche eine neue hacke von daher äh war das stöcker na jetzt machen sie das feld hast recht behalten okay ja gut zu wissen ähm jetzt packe ich den erstmal wieder auf die dry okay ich wollte das feld wollte ich einstellen warte mal zwiebeln die könnte eigentlich auch mal ein bisschen kohl herstellen machen wir das so hier und den rest mache ich dann flachs habe ich gesagt mal gucken ob das das wird okay oder hat er sogar eine eisenhacke und ich habe hier so eine blöde holzhacke weinst du so na gut wenn der das jetzt macht dann gehe ich jagen mhm hallo jeet so ein wolf ein wisent habe ich gesagt brauchen wir gut ich überlege gerade ob ich dann auf jeden Fall noch ein paar bären pflücken gehe und die dann verkaufe damit wir schon mal so ein bisschen Vorarbeit gemacht haben für die steuern bb-andre bei mir ist alles gut ja ich habe schon bären gejagt gerade eben wo sind sie denn die wölfe fleißig fleißig ein bisschen ja ich habe doch am anfang zwei wiesenzenten gesehen gehabt bei sambor ich habe aber letztens nur ein einziges gefunden oder war das bei mir hinten im wald wobei da habe ich ja schon geguckt da war ja nichts gewesen irgendwo ein wolf oder so ich habe nicht gewechselt von video nein aber freitags ist play friday das ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf der anderen Seite Ich bin jetzt quasi links vom Haus Also da ist Sambo Ich bin jetzt quasi links davon Aber ich kann natürlich auch immer rüberlaufen Hallo Thorsten Dank dir für den Zapp Liebe geht raus an dieser Stelle Ganz schwer Liebe Im fünften Monat Diese Rehe, die erschrecken Geht gut, ich suche gerade nach Wölfen Ich meine aber auch hier hinten Hätte ich immer mal welche gesehen Das ist aber nur Hirsche Fuchs Hüsch Oh Also da oben ist Sambo Hey Sambo Hast du zufällig irgendwo Wölfe gesehen? Da ist ein Wolf Ich sehe ihn Okay, das ist der Letzte Brauche nur noch den Nein, bleib hier Oh, komm zurück Ich kann nicht rennen Warte mal Moment Ich glaube, der hat die Rollschuhe an So, jetzt haben wir endlich das auch geschafft Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Quest mal angenommen habe Ehrlich gesagt Sprech mit Erwartet auf die nächste Jahreszeit Achso, achso Okay, ist automatisch abgeschlossen gewesen Das war für Dynastie Reputation, okay Jetzt brauchen wir noch einen Arbeiter Und wir brauchen noch weitere Fünf Einwohner Okay Stand der Entwicklung 25 Gebäude Limit Okay, dann haben wir das hier auf jeden Fall geschafft So, hier müssen wir noch auf die nächste Jahreszeit warten Ja, ansonsten könnte ich jetzt reihe Achso, warte mal Ich wollte doch eh zu Sambo, ne Um meine Dings zu verkaufen Warte mal Sambo, ich habe ein paar Bären Guck mal hier Du musst mir mal Geld geben Zeig mir deine Ware Nimm eher meine Bären So, bitteschön Was haben wir denn jetzt so an Money? 673 Oh, das ist gut Ich könnte eigentlich mal noch ein paar Ich hätte doch hier überviele Sträucher irgendwo gesehen gehabt Wo waren die denn? Hinten wieder, ne? ETF Ich vermute mal, also im nächsten Frühling wären wir wahrscheinlich so bei 1000 Da sind Sträucher So bei, wenn wir mal eine Achse nahen, habt ihr gesagt Ja, ich war schon schön Ich war bei der Mine schon Ich habe schon Bären gejagt Ich habe jetzt auch die eine Quest endlich fertig Wo wir Füchse jagen Hier Quatsch Rehe Zehn Stück Und Bären und Wiesent und so Die habe ich jetzt auch fertig Jetzt müssen wir Einwohner für unser Dorf ranholen Das heißt, ich gucke gleich mal, was wir so Besitzen können Oder ob ich hier irgendjemanden finde Der bei uns einziehen möchte In unser Dorf Weil Essen haben wir eigentlich genug da, tatsächlich Oh, Döner klingt aber gut, ja Ich glaube, ich mache später Dürem oder so So Zack, zack So, warte mal Ich glaube, mehr sollte ich nicht machen Weil dann wird das mit dem Rennen ein bisschen schwierig So, wo ist denn Sambor? Der schlachtet noch seinen Räder hinten Okay Ja, danke dir und ich für nichts Viel Spaß dir Im Real Life Hey, Sambor Ich habe da noch ein paar Bären Schau mal So Was für ein Tag? Unterbrochen gearbeitet Plus Null Fällt dabei Plus Zwei Schönes Wetter Plus Fünf So Ein bisschen Ich würde mir gerne ein paar Steinfeile machen, aber Wie finde ich denn Oh, warte mal Hier sind noch Pfeile von mir Oh, da liegt noch ein Speer von mir Wie kommt der denn her? Huch So Ich nehme mal davon ein bisschen was mit Eisenfeilung Eisenfeilung Management Ach, Federn kann ich den Legia machen lassen? Ach so Oh, wir müssen wir ja auch mit ihm Oh, ja Da liegt noch ein paar Beispiele Einenfeilung dann noch ein paar Bären